Braucht man überhaupt noch eine eigene Website als Friseur, Tischler, Maschinenhersteller? Also es gibt für so vieles dann ein Open Table für Reservierungen, für die Gastronomie zum Beispiel. Es wird immer Betroffenheit dafür schaffen, dass das trotzdem alles nicht deine Systeme sind und schafft dir einfach ein System, wo du an die E-Mail-Adressen oder Mobiltelefonnummern in deine Zielgruppe rankommst. Und dann kannst du wirtschaftlich sehr, sehr gut agieren. Aber es sollte immer deine eigene Datenbank sein, weil früher oder später haben wir dann eigentlich nur eine Datenkommunikation zwischen Endgeräten. Die Relation ist ja so abgefahren. Ich meine, wir reden dann halt über künstliche Intelligenz, während PowerPoint abstürzt. Das ist ja noch ein ganz anderer Ist-Status, den du ja vorhin auch angesprochen hast, gerade was dann so ein Online-Marketing-Schwellenland wie Deutschland angeht. Aber von daher, ich bin da erstmal durchatmen, sichten und ja, noch ist es die Webseite. Und da aber trotzdem der Fokus, E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Gib ihm auf jeden Fall.